1, äh, Pferdfisch 3, fährt welche, äh, sichtbaren Aktivitäten an ihrer Position? Negativzentrale, keine sichtbaren Aktivitäten, hier ist tote Hose. Schlägt der Arsch an. Wir warten hier, bis wir den Befehl kriegen, ein paar böse Jungs umzugehen. Ruhig Blut, Marie. Da oben sind keine bösen Jungs, Fawcim. Ich sag doch, das ist ne rein humanitäre Krise. Ebola oder so ne Scheiße. Sagen Sie's ihm, Alcatraz. Alcatraz redet nicht viel heute Morgen. Im Gegensatz zur gängigen Meinung ist Tequila nicht gut für die Gesundheit. Stimmt's, Al? Einfach nicken, dann wissen wir, dass sie noch leben. In Ordnung. Das ist doch Scheiße. Kein Mensch holt die Force Recon für ne Bergungsaktion. Da oben sind böse Jungs. Das schwirre ich, das kann ich fühlen. Runter von mir, mein... Arschung, Marines, wir haben neue Befehle. Los, Bewegung und Tauchausrüstung anlegen. Zehn Minuten, Waffen bereit machen. Sag ich doch, das Ebola-Virus bekämpft man nicht mit dem M16. Sie vermutlich schon. Mann, ich hab was von ner Alien-Invasion gehört. Na klar. Kommt E.T. auch? Was zum Teufel war das? Raus hier, Leute! Zurück! Alle Mann von Bord! Nicht wiederholen! Alle Mann von Bord! Später schaden den Ostern! Zentrale, wir sind getroffen! Wir sind gelten! Zentrale, wir sind gelten! Zentrale, wir sind gelten! Zentrale, wir sind gelten! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020